hallo herzlich willkommen zu einer neuen kategorie und zwar battle royal heißt nichts anderes als dass ich und kevin gegeneinander spielen in verschiedensten spielen und der verlierer dachte bestrafung machen es ist alles mögliche von spielen bis real life videos ach keine ahnung wir werden uns verschiedene dinge einfallen lassen und als erstes spiel haben wir blobby volley zwei wir spielen best of three jeweils verschiedenen geschwindigkeitsstufen erstmals 100 prozent die anderen bilder mal gleich sehen und ja wahrscheinlich bestrafungsspiele sagen oder das machen wir zum schluss na gut zum schluss damit man ja bisschen spannung aufbauen ok also wie es ganz losgehen ja da war der assi oh Oh, oh, oh. Alter. Oh, tricky Junge. Oh, oh. Oh, es schmeckt an meinem Headlight, obwohl ich mir den Bart kratzen wollte. Rehase den ab, den Scheiß. Nein. Okay. Oh, verdammt. Nee, den krieg ich nicht mehr. Schade. Alter, der war nicht so gewollt. Wer hat denn je gewonnen? Noch keiner. Wann hat man je gewonnen? Ich glaub, bei 15, wenn du mit Zwischpunkten Vorsprung liegst oder so. Ah, verdammt. Halt ja noch ein paar Punkte vor mir. Halt hoch. Ja, wie du die Tasten laust, man hört so toll. Ja, ich geh mal ein Stück zurück. Ja, ja, wär besser. Ah, das ist ja nicht ein Sprung, ey. Geh mal wieder ran, dann geht's besser. Ja. Jetzt bin ich hochkonzentrierter. Sieh zu, sieh zu. Bei dem schnelleren bin ich denn besser. Ja. Ja, ja. Ich glaub, da ist ja auch mehr random. War die ja 8 Punkte gewonnen oder so? Nee. Nee. Guckst du? Nee. Ey. Shit. Oh, 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 oh. Ah, verdammt. Jawoll. Das hat mich voll verdrückt. Also, glaub ich, Wolli spielen in der Lehre hat sich echt gelohnt. Ich meine natürlich in der Freizeit. Da vorne das Ding. Mann, ey. Das sind schwule Scheiße, ey. Das Schlimme ist, wenn ich jetzt hier gewinne, muss ich ohne Geld ausgeben. Ja. Oh, ich hab' wir wollen. Sieh, bei 15. Ja, gut. Erste Runde vorbei. 1-0 für mich. Auf geht's zur zweiten würde ich sagen. Okay. Und weiter. Ach du Scheiße. Das ist schon Haaser. Haarer, ne? Haarer? Haarer. Haarer. Ach so, Haarer. Ich hab' Haarer verstanden. Alter. Guck wie schnell der Ball hoch ist. Verdammte Kacke. Ja, aber das ist die Pro... Prozent. Alter. Verdammt. Den trifft man ja gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Schöner Ballwechsel. Oh. Alter. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ey. Oh, ey. Oh. Ey, erst gab's noch gar nicht angefangen. Ah, nein. Der Ansturz ist richtig eklig. Ist das, ja? Oh Gott. Ja. Ich glaub, du musst zum Spiel spielen. Aber wir machen die dritte Runde trotzdem. Ja, natürlich. So ein Lachsnacken liegt in ihm schon. Ah, jetzt kommt er wieder. Ui. Ach, Alter, hüpf da rum. Ey, mein Meter hat nicht gepiept. Und letzter. Ui. Oh, Nick muss nicht spielen. Juhu. Doofes Spiel, wa? Ja. Ich hab' ja erfunden. Gut, okay. Gleich bis zum nächsten Match. So. 200 hat nicht gerade geklappt. Das nehmen wir jetzt 180 leider nur. Ja. Der ist sehr schneller. Ja, aber die sind größer, oder? Nein, der Giant haben wir doch schon letzt mal rausgekommen, dass es nichts damit zu tun hat. Na gut, okay. Und los. Und los. Und los. Und los. Und los. Oha. Oha. Ob das du eigentlich anstoßen bist, ist genauso ein Mist. Scheiße. Ist wirklich nicht. Weil du es nicht hinkriegst wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh, der war ein klassischer Bodencatcher. Was? Was für ein Ding? Ein Bodencatcher. Man kennt's Werner nicht? Nee. Also, ich kenn's schon. Ich kann mir das bloß nicht merken, was soll er mal sein. Bin ich so wie wie du. Oha. Oh, den merkt nicht. Oha. Ey, du darfst nicht 2.000 Blätter nicht drücken. Ey. Zeig mir Ope-Pass. Ja. Hast du vorhin bei mir auch gemacht. Da hat er eh jetzt schon verliert. Ja, stimmt wohl. Verkackst der eh. Ey. Ey. Jesus. Was ist das? Du hast dreimal berührt. Ist das Volleyball oder was? Blaubi Volley. Ach man. Das ist spannender jetzt hier. Naja. Nicht. Außer, dass du mit Hälfte zurückliest. Aber okay. Ey. Komm, du mal davon nicht. Ich weiß ich nicht. Ich hab nicht drauf geachtet. Also, ich würd mal sagen, auf klarer Linie gewonnen. Kevin darf. Wie ist jetzt Psycho Cats? The Ancelorator spielen? Äh, ja. Ist so ein ähnliches Spiel, welches du mir gegeben hast. Schönes Geschicklichkeitsspiel. Ja. Alles klar. Und vor allen Dingen auch im Mindfuck-Spiel. Haha. Ich freu mich auf alle Fischern drauf. Und ja. Würde ich sagen. Mach du mal die Abmoderation. Du darfst. Der Verlierer darf. Ja. Ich hab das letzte Wort. Du hast das letzte Wort. Genau. Ich bin ja eigentlich immer einer, der ich fehl bin. Und auch manchmal sehe ich ziemlich ziemlich dreckig. Haha. Aber das war verdient Daniel. Oh. 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 Weil hier konnte ich einfach nicht schummeln. Ich wusste nicht nie. Haha. Ah, ja, ja. Was ist denn eine, wenn du irgendein andere spielst? Mh. Wir werden was sehen. Alles klar. Alles klar. Bis denn. Ciao. Ciao. Ciao.